Nach der Zeitumstellung beginnt mal wieder die große VfR-Nachtzeit. Nacht zu fliegen gehört zu den mitunter beeindruckendsten Flügen, welche man durchführen kann. Die Faszination des Lichtermeers und das IFA-Feeling, wenn man auf der beleuchteten Startbahn steht, sorgt für ein großes Interesse an dieser Art des Fliegens. Dass die VfR-Nachtlizenz tatsächlich einfach zu bekommen ist und die Besonderheiten des Fliegens, jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Das Night Rating erlaubt es den Piloten, Flüge unter Sichtflugbedingungen bei Nacht durchzuführen. Die Nachtflugberechtigung, der NFQ-Eintrag, wird als Eintragung in euren Pilotenschein eingetragen und ist unbegrenzt gültig. Somit müssen keine weiteren Prüfungen abgelegt werden. Wie die Nacht in der Luftfahrt definiert ist, werden wir gleich erklären. Die Ausbildung der Nachtflugberechtigung ist ziemlich kurz und kann in wenigen Session an einer ATO abgehalten werden. Neben einer theoretischen Einweisung in den Nachtflug müssen folgende praktische Punkte eingehalten werden. Mindestens 5 Stunden Flugzeit, davon mindestens 3 Stunden mit Fluglehrer, mindestens eine Stunde über Land mit mindestens 50 Kilometern Strecke, das sind 27 nautische Meilen, und Solo 5 Starts und 5 Full-Stop-Landings. Die Regeln und genauen theoretischen Inhalte findet ihr im Part FCL 810 Night Rating. Wichtig hierbei zu erwähnen ist das Full-Stop-Landing. Touch-and-Ghost zählen nicht hierzu, also muss es zum vollständigen Stillstand des Luftfahrzeugs kommen. Man rollt also von der Piste ab und kann direkt wieder zum Rollhalt, um zu starten. Eine Prüfung muss nicht abgelegt werden, sondern die erfolgreiche Ausbildung wird der zuständigen Behörde gemeldet. Die fehlende Prüfung und der geringe Aufwand macht das VFR-Nachtfliegen für viele Leute tatsächlich sehr attraktiv. Hinweis nochmal für die kleinen oder für die Lappelpiloten. Diese müssen vor Beendigung der VFR-Nachtausbildung die Basic-IFA-Übung aus dem PPLA durchgeführt haben. Doch dies lässt sich jedoch an der Flugschule optimalerweise in einem Rutsch erledigen. Doch wann ist jetzt eigentlich Nacht? Die Nacht in der Luftfahrt ist definiert als Zeit zwischen Ende der bürgerlichen Dämmerung, der ECET, End of Civil Evening Twilight, bis zum Beginn der morgendlichen Dämmerung, BCMT, Begin of Civil Morning Twilight. Hierbei handelt es sich um eine Dauer von ca. 40 Minuten bei der Dämmerung. Die ECET bzw. BCMTs erreicht, sobald die Mitte der Sonnenscheibe unter dem Horizont liegt, und zwar 6 Grad. Als grobe Faustregel, wie schon gesagt, liegt dieser Zeitpunkt ca. 40 Minuten nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang. Für den Nachtflug werden auch besondere Anforderungen an das Luftfahrzeug gestellt. Es muss eine weitere Mindestausstattung zum Sichtflug vorgewiesen werden, welche ihr in der dritten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung für Luftfahrtgeräte findet und zusätzliche Regelungen in der FSAV. Zusätzlich zur üblichen Mindestausstattung für Sichtflüge am Tag, welche ihr hier seht, wird folgende Ausrüstung vorgeschrieben. Ein künstlicher Horizont, Scheinlotanzeige, Kurskreisel, Variometer, dann ein Landesscheinwerfer, Beleuchtungsanlagen, eine Taschenlampe für jedes Besatzungsmitglied, hierzu zählt jetzt kein Passagier, die Beleuchtung der Fluginstrumente, ein Außenluftthermometer und die Anzeige über die ordnungsgemäße Funktion der Energieversorgung der Kreiselgeräte, also die Suction Indication. In der FSAV ist dabei noch zusätzlich geregelt, dass eine Funkanlage auch bei Tag natürlich da sein muss, ein Modesierra-fähiger Transponder und ein VOA-Gerät. Zusätzlich empfiehlt es sich, bei einem Nachtflug ein GPS an Bord zu haben, da die visuellen Referenzen wie zum Beispiel Pflichtmeldepunkten bei Nacht teilweise gar nicht erkennbar sind. Natürlich ist es auch obligatorisch, dass die Landesscheinwerfer, Positionslichter und Strobelights einwandfrei funktionieren. Nun möchten wir mit der Flugplanpflicht fortführen. Die Aufgabe eines Flugplans ist Pflicht, sobald ein Flug über die Umgebung des Startflugplatzes hinausgeht. Man befindet sich nicht mehr in der Umgebung, sobald der Platzrundenverkehr nicht mehr erkannt und identifiziert werden kann. Eine Möglichkeit, einen Flugplan aufzugeben, ist die Internetseite dfs-ais.de. Die Flugstrecke oder dort könnt ihr euren Flugplan aufgeben und als Flight Rules wählt ihr ganz normal VFA. Das ehemalige Remark im Feld 18, VFA Night, ist seit Sera nicht mehr nötig. Die Flugstrecke solltet ihr an IFA Waypoints orientieren, ist jedoch nicht obligatorisch. Ihr könnt euch beispielsweise von VOA und Flugplätzen entlanghangeln. Ein explizites Abfliegen dieser Strecke, die ihr aufgegeben habt, ist nicht Pflicht. Es hilft dem Fluglotsen nur einen groben Überblick über eure Strecke zu erhalten. Nun kommen wir zur Freigabepflicht und Staffelung. Hier hat sich seit der Sera-Reform tatsächlich eine Menge getan. Tatsächlich ist für den expliziten VfR-Nachtflug keine Freigabe mehr erforderlich. Ihr müsst euch also keine Freigabe mehr einholen, um VfR-Nacht fliegen zu dürfen. Unberührt hiervon bleiben selbstverständlich die freigabepflichtigen Lufträume. Möchtet ihr also beispielsweise ein Luftraum Delta oder Charlie passieren, ist eine Freigabe Pflicht. Diese unterscheidet sich jedoch nicht von den Regeln, welche am Tag für VfR-Flieger gültig sind. Die Staffelungsverpflichtung hat sich durch die Sera-Reform ebenfalls geändert. VfR-Nacht wird nicht mehr zu IFA-Verkehr gestaffelt. Früher mussten VfR-Nachtflugzeuge zu IFA-Verkehr mit 1000 Fuß bzw. 3 oder 5 nautische Meilen gestaffelt werden. Auch dies ist nun weggefallen. Grund hierfür ist die Kombination mit der Regel der fehlenden Freigabepflicht. Wie sollen Luftfahrzeuge gestaffelt werden, wenn man nicht weiß, was sie tun werden? Natürlich bleiben hiervon wieder Regelungen wie Staffelungen im Luftraum Charlie von IFA- und VfR-Verkehr unberührt. Der Funkkontakt? Es muss Funkkontakt hergestellt werden, sofern verfügbar. In Gebieten, in denen eine Funkverbindung nicht etabliert werden kann, ist dies also nicht nötig. Jedoch befindet man sich in diesem Fall meist tief und in schwierigen Gelände, weswegen in diesen Fällen ein VfR-Nachtflug dringend abzuraten ist. Diese Regelung gilt vor allem für Rettungs- und Polizeihubschrauber, welche ein Nachtsichtgerät benutzen und ohne Probleme tief VfR nachts fliegen können. Für den Funkkontakt ruft man bei der üblichen Fristfrequenz herein. Diese ist vor allem bei VfR-Nachtwetter bis in die Nacht besetzt, um die Fluglotsen zu entlasten. Ist FIS bereits doch geschlossen, könnt ihr direkt die Radarkontrollfrequenz rufen, falls ihr die kennt, oder auf der FIS-Frequenz, welche abgehört wird und diese werden euch dann zu dem entsprechenden Sektor schicken. Wetter. Nun, Wetter nach Sera 5005. Die beschreiben nämlich folgende zusätzliche Regeln. Maßgeblich sind die üblichen Wetterminima, jedoch gibt es eine zusätzliche Regelung. Bei einem Flug unter 3000 Fuß MSL bzw. 1000 Fuß über Grund, maßgeblich ist hierbei der höhere Wert, muss der Pilot ununterbrochene Bodensicht haben. Des Weiteren ist bei der Flugplanung darauf zu achten, dass der Spread der Temperatur nicht allzu niedrig ist. Hierbei steigt die Gefahr, dass sich Nebel bilden kann, welcher die Flugsicht schnell eintrübt. Generell sollte VFR Nacht nur bei sehr gutem Wetter mit wenig und keinen Wolken, geringer Vereisungsgefahr und guten Sichten geflogen werden, da viele Plätze nachts geschlossen sind und somit weniger Ausweichalternativen zur Verfügung stehen und nachts die Notlande bzw. Sicherheitslandemöglichkeiten nur schwer zu identifizieren sind. Ein wichtiger Punkt beim Nachtflug ist das ehemalige Nachttiefflugsystem, die heutige EDR 150. Hierbei handelt es sich um ein über Deutschland aufgebautes militärisches Streckensystem, welches im Tiefflug von militärischen Jets abgeflogen werden kann. Alle wichtigen Informationen hierzu findet ihr in der RLP VFR und in einem veröffentlichten AIC. Die laterale Streckenführung findet ihr in der RLP VFR in Route-Teil 3-4-Delta bzw. in eurer VFR-Chart 1 zu 500.000, wenn ihr die Version mit der EDR 150 besitzt. Also es gibt eine spezielle Version für den Nachtflug. Diese ist in der normalen Version nicht integriert, könnt ihr sie jedoch auf Nachfrage bei jedem gut sonntierten Händler finden. So sieht die Streckenführung in Deutschland aus, aber keine Sorge, ihr müsst nicht von dem gesamten Nachttiefflugsystem frei bleiben. Die Aktivierungszeiten sind nur von Montag bis Donnerstag von Sunset plus 30 Minuten bezogen auf Kassel bis Mitternacht. Wichtig ist der Hinweis, dass sich die Sunset-Zeit auf Kassel bezieht und es somit zu mehreren Minuten Differenz kommen kann. Dabei muss man nur von den Segmenten frei bleiben, welche tatsächlich auch aktiv beflogen werden. Die jeweils aktivierten Segmente können mittlerweile ganz komfortabel auf der Internetseite dfs-ais.de angefragt werden. Hierzu klickt ihr oben auf Web Airspace Use Plan und könnt anhand der Parameter euch die aktivierten militärischen Lufträume anzeigen lassen. Klickt ihr nun auf den Text, seht ihr sogar die Höhen der Segmente, wovon ihr frei bleiben müsst. Die untere Grenze ist üblicherweise 500 Fuß above Ground Level und die obere Grenze ist individuell festgelegt, befindet sich jedoch meist unter 5000 Fuß Altitude. Somit ist es für jedes normale Flugzeug halbwegs einfach, die EDR-150 zu überfliegen. Jederzeit habt ihr natürlich auch die Möglichkeit auf der Frequenz zu fragen, ob das Segment aktuell beflogen wird. Sind die militärischen Jets nämlich noch nicht im System, dürft ihr nach Rüppssprache mit FIS bzw. Radar die EDR durchfliegen. Dann gibt es noch die EDR Lanta, ein weiterer militärischer Luftraum, der nur in der Nacht aktiviert werden kann. Lanta steht für Low Altitude Night Training Area und dies sind großräumige Übungsgebiete für militärische Nachttiefflugmissionen. Die Aktivierungszeiten sind identisch zu EDR-150, also Sunset Plus 30, bezogen auf Kassel bis Mitternacht zwischen Montag und Donnerstag. Auch die Aktivierung dieser Lufträume kann im Web-Airspace-Useplan komfortabel nachgeschaut werden. Eine Karte mit den in Deutschland liegenden Landtags findet ihr hier in folgender Abbildung auf der Präsentation auf der rechten Seite. Nun möchten wir zu den praktischen Punkten kommen, welche bei der VFR-Nachtfliegerei beachtet werden sollten. Das Fliegen unterscheidet sich massiv vom Fliegen am Tag. Es fehlen visuelle Referenzen, wodurch mehr mit den Instrumenten gearbeitet werden muss. Zusätzlich kommt dazu, dass die Beschleunigung, die wir im Luftfahrzeug spüren, nicht immer der Realität entsprechen. Somit ist es essentiell, sich auf die Instrumente zu verlassen. Nicht umsonst ist die VFR-Nachtausrüstung vorgegeben. Die NCO 125 beschreibt sinnvollerweise, dass die Reserve im Gegensatz zum Tag mindestens 45 Minuten betragen soll. Dies macht auch tatsächlich Sinn, da wie schon vorher erwähnt die Auswahl an Ausweichplätzen reduziert ist. Die Sehfähigkeit ist bei Nacht deutlich eingeschränkt. Die Augen gewöhnen sich ca. 30 Minuten oder nach ca. 30 Minuten an die Dunkelheit, worauf geachtet werden sollte. Referenzen wie ein Horizont fehlen komplett und auch die Sehfähigkeit lässt bereits in Höhen von 4.000 bis 5.000 Fuß deutlich oder merklich nach. Auf dieses Merkmal ist unbedingt zu achten. Lichter können aus der Luft sehr gut erkannt werden und somit sind die Zusammenstoßwahrscheinlichkeiten mit anderen Flugzeugen äußerst gering. Wo Luftfahrzeuge am Tag erst wenige hundert Meter erkannt werden können, können Luftfahrzeuge sogar in Entfernung von mehreren Kilometern klar erkannt werden bei Nacht. Die klaren Lichter sind auch am Boden sehr gut erkennbar, wodurch sich Städte, dicht befahrene Straßen und auch Flugplätze sehr gut als Navigationswegpunkte eignen. Dunkle Flächen wie Wälder, Seen und Eisenbahnlinien können als visuelle Referenz natürlich nicht genutzt werden. Somit entsteht eine komplett neue Anforderung an die Streckenplanung. Der Flug nach Funknavigation ist ebenfalls eine sichere Möglichkeit, nicht vom Kurs abzukommen. Dafür sollte dies jedoch bereits am Tage geübt werden, damit der Pilot das VOA richtig und schnell interpretieren kann. Als Reiseflughöhe sollte stets eine ausreichende Höhe geplant werden, um alle Hindernisse sicher und mit genug Höhe zu überfliegen. Außerdem bietet eine hohe Reisehöhe den Vorteil, dass der Pilot mehr Zeit zum Troubleshooten hat, falls es im Flug zu einem Problem kommt. Wenn ihr eure Flugplanung auf der Maximum Elevation Figure definiert, solltet ihr tatsächlich darauf aufpassen, dass die nur einen sehr geringen Puffer hat. Außerdem sollte man auf Notems achten, wo von bestimmten Hindernissen, die normalerweise beleuchtet sind, die Lampen nicht funktionieren und somit die Hindernislichter außer Betrieb sind. Jetzt nochmal kurz zum Maximum Elevation Figure. Diese bezieht sich auf einen großen Bereich auf der VFA-Chart, nämlich von 30 breiten Minuten mal 30 Längenminuten. Und hier als Beispiel haben wir eine 10, sprich 1000 Fuß als Maximum Elevation Figure. Die MEF wird nun so definiert, dass man in diesem Quadrat entweder das größte Hindernis sucht, welches befeuert ist, oder den höchsten Geländepunkt. Ist es der höchste Geländepunkt, wird diese höchste Erhebung genommen. Es wird ein fiktives Hindernis von 328 Fuß draufgestellt, also 100 Meter, und dann nochmal ein 30 Fuß Aufschlag und dieses Ergebnis wird dann aufgerundet. Handelt es sich um ein Hindernis, wird einfach ein 60 Fuß Aufschlag draufgerechnet und dieser Wert wird aufgerundet. Ihr könnt also sehen, dass diese Maximum Elevation Figure tatsächlich sehr knapp geplant ist und ihr die mit häusester Vorsicht als ausreichende Reiseflughöhe im Nachtflug wählen solltet. Nun kommen wir wieder zum Anflug. Wie gesagt, dass die Landebahn nur durch ihre Befeuerung identifiziert werden kann, erschwert natürlich den Anflug bei Nacht. Andere visuelle Referenzen fehlen nahezu komplett. Durch das Anfliegen eines schwarzen Lochs neigt der Pilot tendenziell zum zu hohen Abfang des Luftfahrzeugs. Auf diesen Effekt sollte geachtet werden, um ein zu hohes Abfang zu vermeiden. Außerdem sollten Hilfsmittel wie die optische Anflughilfe PAPI genutzt werden, um den richtigen Anflugwinkel einzuhalten. Tendenziell sollte man eher zu hoch am Fliegen, um ausreichend Puffer zu haben, falls Hindernisse zu überfliegen sind. Außerdem könnt ihr mit dem Flugleiter-Fluglotsen reden, falls die Befeuerung zu hell eingestellt ist und ihr geblendet werdet. Das PAPI steht dabei für Precision Approach Path Indicator und zeigt euch an, ob ihr zu hoch oder zu tief anfliegt. Seht ihr, zwei weiße und zwei rote Lämpchen befindet ihr euch auf einem optimalen Anflug. Und wie ihr euch denken könnt, rot ist schlecht, weiß ist dabei nicht gut, aber zu hoch. Seht ihr also, drei oder vier weiße Lämpchen befinden wir uns zu hoch im Anflug, beziehungsweise auf einem optimalen Anflug. Und sehen wir, drei oder vier rote Lämpchen befinden für uns zu niedrig und sollten tatsächlich aufpassen. Eine weitere große Gefahr ist die schlechte Identifizierung von Wolken, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen möchte. Kommt es zu einem ungewollten Einflug in Wolken, sollten die Strobes ausgeschaltet werden, um das Blitzen zu verhindern und eine Umkehrkurve durchgeführt werden. Verlasst euch auf die Instrumente und nicht auf euer Bauchgefühl. Kurft nicht zu eng, da durch die Last vielfachen die Tendenz zum Sinken besteht und die Überziehgeschwindigkeit zunimmt. Wie ihr seht, wir hatten jetzt eine Menge Informationen im Video, doch ich hoffe, ich konnte euch einen ausreichenden Überblick und ausführlichen Überblick über die Regeln der VFR Nachtfliegerei geben. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und Happy Landings! Bis zum nächsten Mal und Happy Landings!